So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play! Anicraft, ja, hier, der Play ist auch wieder da und ja, wir mussten den Server nochmal neu aufsetzen. Den Fehler haben wir korrigiert. Also bei mir ist das jetzt der achte Part, bei ihm seht ihr, warum ich nicht aufgenommen hatte weiterhin. Also bei ihm seht ihr wirklich den richtigen achten Part, für mich ist das der neunte. Theoretisch können was auch so machen, dass ich jetzt den Part nur aufnehme und du halt, erst mal nicht, bis ich hier die Folge fertig habe, aber ihr seht eh nur, wie ich was baue, also wäre es doch gut, wenn du ein bisschen Action-Action machst irgendwie. Ja, deshalb war lecker. Ich hatte ja vorher Zeitüberschreitung 100 Mal so, aber jetzt will ich mir erst mal ein Schwert machen. Ja, ich muss gerade nur noch ein Einaufnahmeprogramm einstellen, das auch läuft. Jo. Ich hab's noch nicht an. Ernsthaft, man kann die Eisenwaren nochmal einschmelzen, wie viel brauche ich denn? Warte mal, wie heißt denn das Schwert? Zwei. Zwei nur. Du brauchst nur zwei. Das heißt, warte, ich gucke extra nach. Elo-Key-Dator. Mit C geschrieben, aber. Also, Elo-Key-Dator. Elu aber, ne? Voll falsch heißt, ne? Elo-Key-Dator. 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 Ah, da. Elo-Key-Dator. Oh-oh. Ja. Kann ich das vielleicht entscharten? Eins, zwei und Leather-Hit mache ich mit dem, okay? Easy, wenn ich, außer ich hab jetzt keine zwei Leder. Das ist wirklich easy, oder? Sag mir, ich hab wirklich keine zwei Leder, Mann. Hast du wirklich nicht? Nee. Fuck, Alter, wenn Schafe wollen mich töten. Lass mal Schafe in Ruhe. Stüt' ich dich? Obwohl das nicht geht. Nee, aber die wollen mich wirklich töten, Alter. Dann fuck ich das System, ja. Oh, so, ich muss nur noch Kühe finden. Dürfte ja schnell gehen. Ich weiß ja so grob, wo die sind. Hallo. Kühe. Wo sind die Mistviecher? Lalalalalalalalalalalalalala. Prost. Alter. Ach, übrigens, ich hab ja jetzt die Minimap drin. Ich könnte mal ein Dings erstellen. Ihr seht ja die Minimap. Jo. Du kannst auch einfach die von vorher nehmen, ne? Geht ja nicht. Du hast doch vorher welche. Doch, soll ich zu sagen, wie? Ja. Du gehst auf U, ne? Ja. Und da siehst du ja auch oben links Welt, ne? Und wenn du da einfach auf die IP klickst, ne? Einfach da drauf klickst, kriegst du eine Liste angezeigt. Und dann musst du nur die andere IP mit der 8, 5 hinten auswählen. Hab ich. Ja. Und dann müssten da die Wegpunkte von vorher angezeigt werden. Hab ich doch recht, oder nicht? Hat nicht geklappt, egal. Ich mach einfach einen neuen. Wo bin ich? Alter. Der Server hat beide richtig gelegt. Alter. Ich glaub, ich hab mich zu schnell bewegt für den Server. Ja, ich weiß es nicht. Der Server läuft jetzt nämlich doch nicht auf dem Laptop, wie ich's dir gesagt habe. Ähm. Nicht? Nein. Und ich werd jetzt auch kurz mal meine Aufnahme starten. Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anikraft. Ja. Der Firelex ist auch wieder dabei. Ja. Der hat ja auch ein bisschen vor mir angefangen. Aber scheiß drauf. Und ja. Und ein Kumbau. Ich weiß. Er meinte ja eben gerade, er will irgendwas bauen. Ich weiß ja nicht was. In mein Haus. Und ich will mal ihm hier jetzt auch geilen Sachen zeigen, die ich gefunden hab. Deswegen soll er hier bleiben. Nee. Ich baue mein Haus. Ach, Mist. Ich muss eh noch ein bisschen Terraform dafür. Ja, okay. Dann zeig. Er ist das und zwei eins. Komm hier vors Haus. Ey, weh. Ich hab hier jetzt. Ich hab hier zum Beispiel das hier. Entschuldigung, Leute. Ja. Deliberator von Sword Art Online. Ja, den hab ich auch. Warte, das hier ist jetzt das Geilste. Guck auf mein Kopf. Ja. Das ist der Highschool DXD, der Rote Drachenkopf. Nein. Doch. Doch. Er findet OP-Item, Alter. Doch, er isst es einfach. Er isst es. Ich hab hier einen Rote Aqui gefunden. Was ist die Kuh jetzt? das ist ein teil und so jemanden von denen ist ich schlage die kuh ihr seht es ich schlage die kuh es passiert nichts getroppt auch ich kann es eh nicht aufnehmen warum nicht wo ist das überhaupt ich hab gar nichts getroppt bekommen du bei mir aber auch geschlagen wenn du das hast klasse ist in meinen kiste legen ich glaube wir müssen den server dann doch wieder woanders hosten übertrag einfach genau den server wie er jetzt ist auf deine normale ip weißt du was das witzige daran ist es ist genau der gleiche server ich habe den übertragen so wie er ist ja das ist ein komplett übertragen das war warte vielleicht liegt es auch daran dass du den router gestartet hast oder du hast doch dein guter noch nicht neu gestartet was hast du überhaupt gemacht ich habe ich habe das nur auf den anderen pc computer von mir übertragen das ist komisch ja gut ich muss ja erst mal terraform ich bin ich hoffe aber ich brauche zwei leder wo sind die zwei leder also ich habe vier leder kannst du mir kannst du zurückkommen und mir zwei leder geben nehmen wir erst mal so auf das nächste aufnahme anders ich bin gleich da ich komme runter geflogen er ist wieder bei den schafen ich sehe keinen zombie ich habe ihn kaputt gemacht ja wahrscheinlich habe ich wieder zeitüberschreitung oder da weiß ich hab dir die vier leder rein gemacht in deine kiste ich kann ja kurz mal versuchen irgendwie hier beim taskmanager beim anderen computer dem mehr leistung zuzuweisen ja vielleicht gut wenn man ein kraft läuft ja eigentlich flüssig sicher zu über das ist das muss ich dann erst mal verfehlen seit wann beherrsch ich die momentane teleportation weiß ich nicht weiß ich nicht boah alter ich komme nicht an meine kisten das lc data kann dauern ey warum potzt der mich hier als wieder zurück oh jetzt ähääh wie kann ich denn von da aus ach egal ähääh ja fick ich frag einfach nicht frag einfach nicht alter man geh da einfach an die kiste was ist daran so schwer alt ich ähääh ich kapier die taskmanager nicht ehrlich wieso weil ich nicht finde wie ich den matt zuweise ich find das nicht elucidator ja ich find das einfach nicht auf dem startup online das elucidator geil dass ich jetzt schon sie ach hier ich stell jetzt mal erst mal auf höher als normal er steht jetzt auf maximal ich will nicht dass der abspielt so gut ist er dann auch wieder nicht stelle sogar extra alle java prozessor und sogar macht die auf höher als normal ja weil ich möchte ehrlich nichts riskieren ich weiß nämlich was der hier okay wir müssen uns auf jeden fall dass die karos apollo wo machen angelic blogs denkt dran ich habe noch wie erst kräme wie alter ist das ein boss sozusagen heißt du die xd ja gut und anwürdig macht dann bräuchte ich mein haus aber er bei mir leck das sowieso ungemein ja stimmt ich wollte nachgucken wie was so viel weise weiße wolle brauche ich gar nicht wo ist das 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 wo ich denn hier die ganze zeit man ich hoffe nur im kreis ach da war es was dann das geht was hast du sowas noch haben wir sowas noch haben wir keinen lohnstaub mehr ich denke man ist doch haben wir toll wie machen wir das jetzt naja weiß ja aber ich weiß auch nicht woran es liegen könnte ich auch nicht so ich werde mich war weg obwohl ich brauche ja wenn noch eine spitz sache wo kommt der zombie her Oh mein Handy-Akku-Lader. Das Ding ist niedrig. Alter. Ich brauche Diamanten. Ich hatte doch vorher noch welche. Das zwei. Die reichen mir aber nicht. Ach so. Ich brauche einen mehr. Für was? Spitzacke. Ach so. Ich brauche es um Obsidian abzubauen. Okay. Zumindest ein bisschen. Ja. Ich kann jetzt auch nicht anfangen, wenn es die ganze Zeit laggt. Also wenn ich stehen bleibe, dann läuft es. Wow. Aha. Also okay, ich nehme zwar auf, aber ich habe trotzdem übel viele FPS, aber scheiß mal drauf. Ich habe irgendwie zu viele. Ja, zu viel gibt es nicht. Also wenn ich jetzt, also gestern hatte ich auf 60 so, heute habe ich 90. Was ist denn los? xd hier sind schwebende Inseln. Und nicht mehr zu äußern drauf. Allgemein schwebende Inseln. Du musst noch zwei Diamanten finden. Ich mache mir jetzt eine Diamantschaufel. Okay. Ich muss Terraformen. Zwei Diamanten. Ich habe kein Holz. Ich habe ja nicht umsonst meine Diamant-Axt. Ich glaube wegen dem Regen hat es so gelaggt. Meinst du? Ich meine das nicht. Ich glaube es ist so. Jetzt läuft der komplett flüssig hier. Ich kann abbauen wie die Schmitzkatze. Oder es liegt einfach daran, dass wir Mods drin haben. Das kann natürlich sein. Das muss zwar nicht, aber es kann. Na also. Wirklichkeit gibt es natürlich. Ja. Ich finde die gefolgt. Beziehungsweise das Jetpack. Hä? Habe ich irgendwas nicht? Ah ne. Da machen sie ja nichts mehr. Okay. Es ist vielleicht auch total schlau, dass ich das hier mit Wolle baue. Oh. Feuer. Guck mal. Oh. Oh. Haus abgefackelt. Das Geile ist, ich farme Holz für meine Schaufel und gleichzeitig terraformig. Weil die Bäume eh weg müssen. Ja. Alter. Alter. Oh, ist hier viel. Okay. Alter, oha. Ja, immer diese Server-Lags. Berühmte YouTuber kennen das gar nicht. Jetzt meine ich ja nicht. Das meine ich jetzt gerade gar nicht. Ja, das meine ich aber. Ich brauche einfach schon wieder neue Kisten, ey. Ja, wir brauchen total viele bei einem Mod. Vor allem bei dem. Wenn das so weit geht, mache ich uns einen Rucksack-Mod hier rein, Alter. Direkt übertreiben. Ich meine das ernst. Dann streikt das Server noch mehr. Ach, geh doch an die Werkbank. Ey, das gibt's nicht. Geh doch jetzt endlich an die Werkbank. Stimmt, vielleicht gibt's da ja welche. Hä? Ich hab doch diese Häuser im Himmel gefunden. Stimmt. Ja, Leute, weil ich auf Screen gespielt hatte, hab ich hier so ein paar Dungeons gefunden. Geh endlich da ran, Mann! Seht ihr das da oben, was so langsam sich aufbaut? Das ist einer dieser Himmels-Dungeons. Ja, bei mir stehst du da noch. Wie geil der Server eigentlich lädt. Wirklich? Bei dir steh ich da noch? Ja, bei mir bist du gerade erst aus dem Haus gegangen, ja. Toll. Alter. Was denn? Hä? Ich versteh's grad nicht. Alter. Weg. Okay, das ist böse. Was ist denn jetzt los, Mann? Die sagt... Hier sitzt einfach Blaze-Spawner. Fuck, ey. Nicht, dass du noch stirbst. Jetzt kann ich auch terraformen. Ich muss einfach da stehen, so. Ich stehe mit dem Lieben alles. Ich hab keinen Bock, alles noch mal zu bauen, ey. Ich darf auf... Lalalala. Terraforming. Lala. Da ist so ein Apfel in die Bäume. Und wir farmen ganz viel Erde. Denn wir machen terraforming. Lalalala. diese blöcke müssen weg sie sehen ich werde so ganze etage warte mich doch nicht zurückserber hallo alter alter was ist denn jetzt los machen alter hallo ich glaube der server mag ich echt nicht ich hab kurz den block abgebaut noch einen abgebaut boah hör doch mal auf jetzt zu hängen geht doch ich glaube ich habe so eine vermutung wo ich ganz sicher hör doch mal auf mich zu porten dieser scheiß serverdecks so komischer dungeon wie du mal drinnen warst keine ahnung den musst du erst mal finden unterirdisch oder oberirdisch ja ich weiß ich weiß ja wo einer ist und das sagst du mir jetzt ich bin ja bei wenn ich eins hast du dann sind zurückplugende server aber hauptsache funktioniert er ist mit dem server könnte das projekt nicht weiter gehen ja das projekt wäre gefickt ja könnten sie bitte aufhören die blöcke wieder herzustellen damit ich sie nicht fünf millionen mal hintereinander abbauen muss nicht auch einfach die drops liegen lasse zwei ich komm schon ich bin ja einfach funktelle war gerade ja gut ich bin jetzt schon ein bisschen was auf effizienz wäre jetzt so geil ich wird so schnell abbauen die fläche reicht immer noch nicht leute falls ihr das gerade denkt das wird verdammt riesig ich glaube ich mache dafür noch mehr rolle viel mehr ich bin auch ab und zu noch auf screen ja direkt wie viel ein ganzer raum ja so ein raum mit den dingern voll sie aufhören mich weg zu porten vor jemals probleme kriege wir müssen auf jeden fall probieren dass das so wieder auf deiner normalen ip funktioniert jedenfalls damit ich keine zeitüberschreitung mehr so wieso ich meine so einen gelben punkt auf der karte der auf einmal so richtig schnell angerannt aber es war nur so eine fledermausse oder so eine andere etage das müsste ich dann mit dem feuerzeug so lang gehen das wäre geil ich bringe sogar kohle mal mit weil ich nicht weiß wie viel hier noch haben ja bringe ganz viel mit wir haben so gut wie keine mehr ja weil hier nebendran ist noch so ein ganzer raum mit kohle ja gut leute dann würde ich sagen das war's bis zum nächsten part wenn es euch gefallen hat geht noch hoch wenn ich gibt noch runter ja und in der video beschreibung ist leplay verlinkt und eben könnt ihr auch gerne daumen hoch geben und ein abo da lassen damit ihr die nächsten folgen von ihm und mir nicht verpasst bis dann und ciao oh